Dankeschön, guten Tag. Hallo. Hallo. Moin, moin. Moin, moin. Wie geht es Ihnen? Wer ist denn da? Ich bin's, Spongebob. Ja, und? Mit Antik alles okay? Ja. Hat jemand ein Triple Borer Spezial bestellt? Nee, haben wir nicht bestellt. Sonst noch irgendwas? Wie war das? Dreifacher Doppelnussbecher? Nee, nee, wir haben nicht angerufen. Was? Hey, Moment mal. Ja? Bestellung ausgeführt. Ja, ist schön, aber da bist du immer noch falsch bei uns. Wirklich nicht? Also sonst noch irgendwas, weil sonst hier geht's mir auf, das ist mir zu blöd hier mit dir. Na und? Punkt aus, fertig. So, und jetzt, willst du jetzt nochmal einen Rufmanik auflegen, oder was? Ja, einmal. Also, mach's gut und ruf dich nochmal an. Ich bin ein taubes Mützchen, ja. Du bist ein taubes Mützchen, ja. Wir alle sind tauben Mützchen, ja. Taube, taube, tauben Mützchen, ja. Ja? Hat jemand ein Triple Borer Spezial bestellt? Ich glaube das jetzt nicht. Bestellung ausgeführt. Schon wieder? Was? Ob Sie das schon wieder sind? Ja. Sie haben doch gerade eben schon mit meinem Mann gesprochen. Ja. Hat ich Ihnen nicht deutlich gesagt, dass er mit Ihnen nichts zu tun haben will und dass Sie uns in Ruhe lassen sollen? Ja, ja. Was soll denn das jetzt? Wie war das? Dreifacher Doppelnussbecher? Wir haben nichts bestellt. Triple Borer Spezial. Es hat hier niemand etwas bestellt und jetzt lassen Sie uns die fälligst in Ruhe. Bestellung ausgeführt. Es gibt keine Bestellung. Sag mal, hast du sie doch alle? Ich kapier's leider nicht. Ja, scheinbar nicht, nee. Hier bei uns und bei dieser Nummer hat niemand etwas bestellt. Ist das jetzt klar? Ach so, jetzt kapier ich das. Möchte jetzt auch bitte nicht mehr, dass Sie hier nochmal anrufen, weil Sie belässt den uns hier. Na dann, viel Glück. Das ist hier Geschäftstelefon. Ja, ja. Wo gibt's denn sowas? Wo waren wir stehen geblieben? Dass wir hier nichts herliefern, weil wir nichts bestellt haben. Ist das jetzt klar? Es reicht jetzt. Wie war das? Dreifacher Doppelnussbecher? Aber du hast ja doch nicht alle, du Vogel. Oh. Wir wollen das nicht mit dir zu tun haben. Raff mit jetzt. Reißen Sie sich zusammen? Wer reiß sich denn hier nicht zusammen? Das macht mich ziemlich stinkig. Ja, das fällt mir gar nichts mehr ein. So, und jetzt legen wir auf und damit ist das Gespräch beendet und Sie rufen hier auch nicht mehr an. Wir haben nichts bestellt. Sie wollen nichts von uns und wir nicht von Ihnen, ist das klar. Jetzt geht's zur Sache, Freunde. Yeah. Au. Du endest das Gespräch. Wir hören. Jetzt hören Sie mir mal zu. Ich höre überhaupt nicht mehr zu. Wir legen jetzt auf und damit hat sich das. Ha 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 ha. 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 Ha ha ha.